Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Auf Wiedersehen. Sind wir als verantwortungsvoll? Ja, sonst hätten wir es ja nicht gemacht. So, das war dieser Satz, der mittlerweile, der wird in alle Jahresrückblicke eingehen.